Falls du demnächst mehr Stream-Ausschnitte sehen willst, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Check den Link in der Beschreibung ab, dort geht es zu meinem Zweitkanal. Und ganz, ganz wichtig, schreib mir in die Kommentare, wen du gezogen hast, welche Icon hattest du. Schreib es mir rein und jetzt viel Spaß mit meinem Icon Pack. Oh mein Gott, mein Icon Pack im FIFA 18 WM Modus, komm. Komm, was gut ist. Kosta? Kosta oder Deko? Deko. Gut oder nicht gut? Was sagt ihr, ist es gut oder ist es nicht gut? Ist Deko gut? Ich glaube, es ist nicht schlecht, oder? Ist okay. Es gibt geile Icons, muss man ehrlich sagen, aber es ist, denke ich, akzeptabel. Eine zentrale Icon ist immer okay.